Hallo Leute, was geht, wissen wir in einer Folge, was ist das hier was für Spiele? SG Heroes. Genau. Und ja, ich heiße X allerlei, lange Geschichte. Ja. 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 Ich ändere den Namen. Ja, er wollte mal den Namen, er wollte mal, er wollte mal, also wer war, ich hatte mehr weg, der und dann hab ich verloren, mein Name, mein Name, mein Name, ja. Ja. Schlechtig gewesen. Ja, es ist einfach schuld, wenn du mit mir sicher anlegst. Ja, wir haben gewettet, wer verliert, wer verliert, er muss seinen Namen ändern. Das war ja so ein komisches Update, also es war ein geiles Update, boah, ich muss drei Tage warten. Ja, jetzt muss man noch irgendwie 17 Tage warten. Und ja, also für alle, die nicht wissen, was SG Heroes ist, das ist dann ein Survival Games am Anfang, er hat man so, glaube ich, drei oder so, drei Minuten Zeit, um, ähm, die, um die, um die, um, äh, so sammeln, um, das ist, um, genau, also zum Beispiel, äh, Kisten, äh, Kisten, äh, Kisten, äh, Kisten, äh, Kisten, äh, Kisten, und so Sachen. Und dann noch drei Minuten gibt es irgendwie zwei, drei Runden, eins gegen eins, also, alle, alles. Erst bis eins gegen eins, und die nächste dann, ist dann alle gegen alle. Echt schon? Genau. Genau, genau. es sind ja Prozent die Lagerung geht es nicht hier denn wir sind ein Teil machen also hier unten er immer eines Punkt an hier und dann ein bisschen hier und immer so verteilt mehr und wenn wir machen einfach die Entschlüsse bei uns anderen sagen und mehr doch noch nicht okay wir gehen uns aus dem Weg und nicht beschützt mich also das ist das ist der Fall und das ist der erste Runde heute und wurde schon und 11 Uhr und so ist aber das braucht kein Mensch. Ich hab die Tür zugemacht. Ja, keine Probleme, keine Probleme. Also, es steht hier ja, drei Minuten. Then you will be assigned. You will be teleported to a 1-1-1 Arena. When death, I wanna want to enter the final match. The winner shall receive an enchanted crystal. Prepare yourself. Battle begins shortly. Okay, wir sollten noch Bescheid sagen, wir in Call of Duty. Du hast mir das mal vor aufzunehmen. Aber ich wollte, ich hatte, ich habe noch kein Headless für PlayStation 4 gekauft. Was sollte ich? Weil, ja, ich hatte nun mal bekommen, weil PlayStation 4 jetzt nicht ganz das Beste. Ja, also, das geht ja noch. Wir müssen noch eins kaufen und dann kommen auf jeden Fall Call of Duties. Und, Freunde, ich hab mir mit Unity. Genau, und zwar wird dann noch Unity kommen. Auf das werde ich mich sehr freuen. Ja, ich auch. Also, vor allem... Ich hab heute ein bisschen angezockt. Mhm. Ja, nicht sehr lange so. Aber Leute, ihr werdet euch sehr aufregen. Ich glaube, die ersten zwei Folgen sind nicht mal... Da hat es nicht mal richtig angefangen. Okay. Das ist so lang der Anfang. Also, ich... Wir zocken dann schneller, aber ich habe aber ein bisschen alles erkundet und so. Und der Anfang bis Unity, also aus dem Creed Unity gestanden ist... Eine Stunde. Echt? Ja, eine Stunde. Aber das ist noch gar nicht. Aber das ist noch gar nicht. Ja, übrigens, wir... Also, ich hab jetzt noch ein Tech-Shot-Paket, ich bin keine Ahnung, wie das heißt. Sieht auf jeden Fall gar nicht aus. Ich glaub, das ist das von Tadels nach. Ja, auf jeden Fall, ich bin hier schlecht ausgerüstet, aber hab'n Bogen, hab'n Bogen, hab'n Bogen, hab'n Bogen. Ich hab'n Holzschwert, sagen wir mal. Okay. Also, hat es die Stärke, wie ein Holzschwert. Ja. Okay. Ich hab'n Steinachs, brauchst du? Ah, du hast ja aber schon nicht das. Ich hab'n Bogen. Und die, er hat letztes Kapitel, wie heißt es geht? Okay, äh... Manoläler Sachen. Manoläler Sachen. Ich hab'n Goldbrust. Ja, schon wieder ein Schweinschwert. Ich hab'n gedacht, ich hab'n gelesen. Ja, wo bist du? Hat er, hast du ja? Nein, 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 nein. Das Einzige, was ich hab'n Brust und ja. Brust. Ein Goldbrust. Ja, schaß, das heißt, du verlierst du? Ja, ich meine, für dich hätte ich, ich hätte, ich hätte es, ich hätte selber nicht eine Kette in Brust, weil ja eben eine Kette in Brust. Okay, äh, ich würde mal vorschlagen, die treffen uns in die Mitte, dann kann ich die Sachen geben. Komm'n in die Mitte, so schnell du kannst. man fragt es an bis zu holen abgeben kommt versuchst ich habe keine Ahnung ob ich richtig bin ja ja ich bin richtig aber die Kunden die in den Haus ich bin gleich in die Mitte bis zu diesem Schloss ja okay komm beim Eingang lauf runter rum ich bin bei meinem Eingang ich hab Buch ah da 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 komm her komm her ich gebe dir alles was ich hab was du brauch könntest hier noch kein Ding kein Ding hier das kannst du alles sagen Pilze hast du noch Schwung? Hals hast du Pfeile bitte? ich hab keine Pfeile, tut mir leid auf jeden Fall jetzt seht ihr alles gegen uns gegen Sartron ich hab mein Standstatt verloren du Spaß man ja auf jeden Fall jetzt seht ihr mal wie die Pro verliert hier und ich hab definitiv verlieren weil mhm muss nicht sein kann sein ich hab leider kein Pfeile ich hab leider kein Pfeile das ist ein Nachteil komm leider komm ich ja aber ich hab ich hab noch eine gute Chance in der Hälfte nackt die Gäste steigend das ist kein Spaß egal 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 oh ein Hacker, ein Hacker, ein Hacker oh ok ich bin ein Hacker anscheinend ich sag ich bin Hacker und gewinnen, oder? ich entschuldige mich, sorry entschuldige mich das macht doch kein Spaß ey ok auf jeden Fall der Typ der gegen mich gekämpft hat bestimmt nicht schlecht aber sehr gut ich hab mir so lange gedacht ich hab mir so lange gedacht ich hab mir so lange gedacht ok auf jeden Fall, also wir werden uns zusammentun weil ich hab gar... hast du Pfeile jetzt? ja er war hart ok wo bist du, warte vielleicht bist du neben mir ja du bist genau neben mir, ich bin links von dir ok ich renn zu dir komm da, so ich hab mir das mal gerne dann rein und nackt ok ich hab mir das jetzt ja trotzdem das funktioniert so ok ich mach mir das jetzt schon so ich hab nicht komm ich hab komm, komm komm Du bist ich hab doch ja ich hab' du hast du du hast du du hast du um Warte Warte okay komm lass auf was auf den der kommt ja die Nachhinein der Kälte der Kälte mit der Kunde der Tonakina ich boxe ihn jetzt komm 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 lass uns den snähen er kommt jemand oh den hab ich gehabt oh den hab ich gehabt oh den hab ich gehabt oh ich hab den raus pass auf hab ich den auseinander ging um die Lunde ja johann ist mein Kind was auch in der die denn das ist mich nicht mehr ich habe den Bogen kommt man muss hier rein ich brauche Kursen kann man die Zeit kommen soll ich helfen ich hab keine ich hab zwei jahre und ich hab nichts die Sohn Julio Kultzler er und schweißer Worte nicht nur umsassbar werden ob sie zu feiern ist auch ein Pfeiler in den Boxen der Oktober auch um er hat mich schon was habe ich einen Schwer zu haben immer schon kommen kommt etwas auch mehr was er noch zu wissen ist es gesagt okay das sind alle drei drei meiner Seite also war die Kassel nicht gut geschützt wird Prozent ich stehe ich ja auch immer Kürbens und erheben wird an der Kettenboot ist das durchführen ich habe noch mal für dich entstanden auch aus Mannheim Mannheim die E-Streinheit und durchdurchschnittlich ja vorgelegt werden auch von Füchse und ich habe es auch nicht das ist ein der Schauspieler der Schäfte Ich helfe dir. Fuck, meine Maus. Meine fucking Maus. Meine Maus. Willst du mich verarschen? Meine Maus ist aus. Ich muss, ich muss. Helf mir. Ich muss auch noch. Ich habe keinen Bock. Ich bin auf der Seite. Meine Maus ist aus. Oh, sie geht wieder. Was? Willst du mich verarschen? Ich habe keinen Bock. Was? Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß? Oh, ich will dich kommen. Ja, ich bin tot. Was? Ich bin tot. Ja, meine Maus ist nicht gegangen. Du kannst... Oh, das sind ja deine Sachen. Aber die bringen wir auch nicht. Ja, nein. Und da ist der Weg auf. Ihre Apple-Vireless-Maus kann sich jederzeit selbst aufboxen. Oder so. Du hast einfach keine Verträge. Aufboxen. Ja, alter Mann. Bitte mich verarschen und wir gewinnen die Runde wenigstens. Ich bin schon lange tot. Du passt schlecht, bist du. Ja. Was du, ich hab dir da gesehen. Also, Leute, das ist was mit dem Skate Hero. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Zehn Minuten. Ah, komm, komm, noch mal. Ja, und wenn sie es nicht schaffen... Was? Bist du behindert? Zehn Minuten plus drei Minuten sind schon... Sicher schon mal 13 oder 12 Minuten. So plus minus. Und dann... Noch wahrscheinlich noch 5 Minuten bis... Feier... Bis Deathmatch vorbei ist, also... Ja, okay. Leute, das war's, äh... hier mit einem... mit einer klassischen Bündnis. Eske Heroos. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden gleich noch eine Folge aufnehmen. Ich finde das richtig nice. Ja, ich auch. Wir werden gleich wahrscheinlich noch eine Folge aufnehmen, damit wir ein bisschen... Eske Heroos. Jo. Yeah. Ja. Und ja, meine Maus geht wieder um den nächsten, und ja... Du und deine Maus. Beste Freunde, der ist immer... das ganze Leben. Also... Wieso ich verarsche, du scheiß Maus? Ich... Tschüss. Tschüss. Und... Was ist genau da ausgegangen? Neben dem Knopf zum Ausschalten. Also... Scheiß... Ich... Scheiß... Scheiß... Ich... Wenn das jetzt geht, dann... Ja, ja, komm, 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 ein bisschen, nur noch ein bisschen... Scheiß mal auf. Ja? Ja, okay. Leute, das war's. Wenn er das Video gefallen hat, würden wir uns dann herumfahren. Und... Und... sag, wie euch das... Womack, also... Die Minigames gefallen. Und... Gib dann den Namen nach Ruf. Wenn ja mehr davon sagen were, und... wenn er das Video genau, ciao!